Zum Ersten glaube ich, dass wir heute eine Situation haben, und ich benutze das mal, weil es war lange sehr umstritten, wir in den neuen Bundesländern viele blühende Landschaften haben. Damit will ich nur sagen, es hat einen riesigen Fortschritt gegeben, den die Menschen in den neuen Bundesländern sich erarbeitet haben. Da ist geholfen worden, aber sie haben selber die Ärmel aufgekrempelt und haben es angefangen. Da muss das ein oder andere noch nachgearbeitet werden. Mir wäre an der Stelle wichtig, dass wir auch über die guten Sachen mehr reden, denn das macht dann wieder Hoffnung und das gibt dann wieder neue Kraft. Ich glaube, dass wir in einem weiteren Schritt auch das Thema Erinnerungskultur in den europäischen Sektor reinnehmen. Wir müssen auch die neuen Bundesländer sehr stark als unsere Botschafter, etwa in Mitteleuropa und in Osteuropa, dann auch präsent zu machen. Wir wissen, dass wir große Probleme mit unseren polnischen Nachbarn haben. Wir wissen, dass wir noch größere Probleme mit der jetzigen ungarischen Regierung haben. Wir wissen, dass wir ähnlich populistische Ansätze auch in Tschechien haben. Das heißt, da ist jetzt im Moment eine Gegenbewegung da. Was da war, was damals da passiert ist, das glaube ich, fasst man am besten mit dem Begriff der großen europäischen Freiheitsrevolution. Das ist nicht nur die friedliche Revolution, wie wir sagen. Das ist nicht nur die deutsche Wiedervereinigung, sondern das, was da geschehen ist, war auch die europäische Wiedervereinigung. Und wir haben jetzt ja nach den unglückseligen vier Jahren in den USA mit dem Präsidenten Trump erlebt, wie schnell auch solche Bündnisse wie die NATO, wie auch, wenn man will, das vereinte Europa, wie die transatlantischen Beziehungen auf kultureller Ebene, auf freundschaftlicher Ebene in Schwierigkeiten kommen. Wenn man das alles auf sich wirken lässt, dann glaube ich, müssen wir sehr stark daran arbeiten, dass wir verstehen, dass die Welt sich jederzeit verändern kann. Dass in den letzten Jahrhunderten mehr als 250 europäische Staaten von der Landkarte verschwunden sind. Dass niemand versprechen kann, auf Dauer und ewig bleiben die Systeme so, wie wir sie jetzt im Moment haben. Wenn das aber so ist und wenn man das weiß und wenn man weiß, dass der große Unterschied zu anderen, auch sehr starken Ländern wie die Volksrepublik China oder wie Russland, wenn wir sehen, wie schnell da plötzlich auch dann wieder militärische Fragen auftauchen, dann glaube ich, ist es eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre, weitere Schritte auf dem Weg zum vereinten Europa zu machen. Wenn das auch nicht, dann setzen wir doch mouse auf, drück crayon. Und dann lasst michCoinely unter denuna-Ute